Bei einem dieser Besuche in Kalifornien im Juli 1979 lud mich George Schulz ein, während des traditionellen alljährlichen Sommerlagers sein Gast im Bohemiengrove zu sein. Dieses Wochenende brachte mir eine der erstaunlichsten Erfahrungen, die ich je in den USA gemacht habe. Später bin ich noch ein zweites Mal im Bohemiengrove gewesen, und meine Eindrücke haben sich noch vertieft. Im Juli 1979 gab es auch zwei oder drei gemeinsame Veranstaltungen am Ufer des Sees und in kleinen Freilichttheatern, die in den bewaldeten Hanghemmern gebettet sind. Mit Dankbarkeit erinnere ich mich an die alljährlichen sogenannten Bilderbergkonferenzen, die Bernhard, Prinz der Niederlande, organisierte.